Gru ist ein ganz selbstbewusster Junge in diesem Film, denn der weiß schon jetzt ganz genau, und das sagt er auch in seiner Schulklasse, er möchte der größte Schurke der Welt werden. Und ich meine, wer mit elf Dreiviertel so feste Pläne für sein Leben hat und sie so selbstbewusst vortragen kann, das ist doch ein Glücksfall, finde ich. Also zu sagen, ich werde der größte Verbrecher der Welt, das spielt ja alles vor dem ersten Film, als er den Mond geklaut hat. Also das jetzt schon zu wissen, was er mal werden möchte, das macht ihn natürlich aus und das ist auch eine ganz wichtige Charaktereigenschaft von ihm. Gru kriegt eine Nachricht, dass er sich bei den fiesen Sex vorstellen soll, weil da ist einer rausgefallen. Und dieses Gremium der fiesen Sex, das ist natürlich das größte Verbrechergremium der Welt. Und da kommt er hin und die nehmen ihn nicht ernst, weil er ein kleines Kind mit elf Dreiviertel ist. Und sie sagen, naja, dich nehmen wir erst ernst, wenn du wirklich was getan hast, was uns beeindruckt. Und das macht er dann gleich in diesem Moment, denn er klaut ihnen ihren wertvollsten magischen Stein und flüchtet damit. Und den versucht ihm dann wieder ein anderer Bösewicht abzunehmen, der Knochenknacker, der Knöchelknacker. Und da hat er den aber schon gar nicht mehr, weil die Minions haben diesen wertvollen, wunderbaren Stein gegen einen ganz anderen Kinderstein ausgetauscht, den ein Kind gesammelt hat. Die sind einfach so außergewöhnlich witzig, weil sie so frech sind und weil sie so dreckig lachen. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz wunderbare Mischung. Naja, die sind ganz traurig, dass er sie eigentlich jetzt loswerden will oder dass er auch zu diesem Gremium alleine gehen will. Er sagt, das muss ich jetzt alleine machen, da kann ich euch nicht mitnehmen, weil sonst werde ich noch weniger ernst genommen. Und sie kommen dann aber nach und helfen ihnen dann bei der Flucht vor den restlichen fiesen Fünf, die da übrig geblieben sind. Und da merkt er eigentlich auch, dass er sie braucht. Und ich glaube, Gru weiß ganz genau, dass er nie wieder ohne die Minions auskommen kann. Otto macht aus, dass er erstens eine sympathische Zahnspange hat. Otto macht aus, dass er ganz viel redet. Und Gru muss dann schon immer sagen, ja, das reicht jetzt, du brauchst nicht weiter zu reden. Also der redet ganz viel, der kann auch singen, was wir am Ende des Films feststellen werden. Und Otto ist etwas beleibter, würde ich jetzt mal sagen, etwas adipöser noch als die anderen. Und Otto ist natürlich auch durch seine Schrulligkeit, dass er so viel redet und durcheinander redet, ist der hochsympathisch. Und ich glaube, der wird sofort in die Herzen aller Zuschauer fliegen. Die Botschaft ist, würde ich sagen, zusammenhalten, sein Ziel verfolgen und niemals aufgeben. Die haben sich in dem Film ja wieder so tolle Sachen einfallen lassen. Also ich war begeistert. Keiner der vielen verschiedenen Ich-Unverbesserlich- oder Minions-Filme ist jemals langweilig geworden. Und für mich ganz großer Spaß und große Ehre, wieder dabei sein zu können.